Hier ist heute eine kleine PA-Aktion von Lotto Toto. Lotto Toto ist ja Werbepartner vom FCM und die hat uns angeboten, den FCM hier mal herzuholen, weil die sind beteiligt an so einem Großprojekt Neubau-Kunst, Großfeldkunstrasenplatz, ist ein starker Förderer und hier findet heute eigentlich statt unser D-Series Junior Camp, das machen wir jährlich, wirklich am Wochenende komplett für den Nachwuchs, von Freitag bis Sonntag, drei Tage, ja, und da hat das wunderbar reingepasst hier, den FCM hier heute herzuholen, das ist ein Highlight für die Kinder, ja, mal die Stars, die sie sonst nur von Weitem im Stadion sehen, ja, wirklich mal live hautnah zu erleben, mit denen zu trainieren. Letztes Jahr haben wir das alles alleine gestemmt, da haben wir eine kleine Turnierform gemacht, hatten auch schon DFB da mit dem Stützpunkt und dieses Jahr FCM, absolutes Highlight. Wir haben ja eine große Fangemeinde, gerade im Verein, aber auch in Regionen, also bis Hamburg geht ja so die heimliche Grenze zum Rivalen HFC und wir haben hier eine große Fangemeinde, auch die viele Kinder praktisch, die regelmäßig im Stadion sind, ja, und einfach klasse, ja, auch die Eltern genießen das, Dankeschön. Danke. Danke Vallahi. field Julian pri 240 www.boudog.com den die